Von hier aus hole ich aus und komme dann mit so einem leichten Ausfallschritt. Kein tiefer, wir machen also keinen so tiefen Ausfallschritt, weil wir uns hier anbieten. Das heißt, von hier aus hole ich aus und komme nach vorne. Ich kann auch den niederen Fuß nachziehen. Ich würde mich jetzt mit der kreisfahrenden Wege und dann links und mache den Cut Nummer 2 und greife mich an. Jedenfalls. Ich bin jetzt mit dem Zweier, der z.B. hier aus dem schönen Ausgang. Jetzt kommt die Tür. Wir können die Wege bestoppt machen. Das heißt, wir gehen nach vorne. 4. Die Tür ist richtig. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017